moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft so wir brauchen jetzt ganz dringend kupfer und wir müssen hier einmal drum herum schwimmen und in der hoffnung dass wir von gulliver nicht getötet werden und auch nicht von boris gefressen müssen wir das finden dass da sind wieder steine die wir nicht brauchen das sind auch steine so und da haben wir wieder so ein bobbel fisch wenn wir den so ausschalten johu es gibt uns nicht unter wasser nice bobbel fisch irgendwann muss er doch drauf gehen oder der ist tot kugelfisch kopf das sind kugelfisch ich dachte dass wir ein bobbel fisch oder so aber ja wir suchen jetzt erstmal weiter wir brauchen die luft das kupfer gefunden hoppla wir brauchen immer noch luft jetzt wir können nicht schneller schwimmen was ist das was wir hier haben keine ahnung aber hier haben wir kupfer drei stück zumindest erstmal da haben wir auch wieder kupfer und hier auch noch mal aber wir brauchen immer noch sauerstoff ganz schnell hoch so gut wir müssen auch schauen dass wir irgendwie diese sauerstofftanks irgendwie bauen da haben wir noch mal eisen nice ja komm und jetzt noch mal ganz schnell wieder hoch bevor wir hier wieder das wird knapp das wird knapp das wird knapp das wird knapp das wird ganz ganz knapp aber wo ist boris mag boris sonst nicht mehr da sogar eine kiste die müssen wir uns auch noch gleich schnappen irgendwie so ganz schnell ganz hoch und dann holen wir uns gleich die kiste dort ist da seht ihr die da ist sie und jetzt ist hier sonst noch irgendwo ein erz ich sehe da kein steine aber wir haben eigentlich an sich genug wird wir brauchen aua ich mag bodos nicht so und wir haben wieder acht planken nice so dann können wir hier noch mal ein hinbauen und ich würde sagen wir sind eigentlich mit der insel fertig beziehungsweise hier drehen einmal so okay passiert jetzt nichts muss ich vielleicht erstmal anker lichten bevor wir drehen können so damit wir wieder auf unserer bahn sind nicht so weit nachdenken ich sehe schon den vogel habt ihr den schatten gesehen da hat man doch definitiv gemerkt der ist wieder stinkig auf uns so was ist denn das was wir hier haben bauplan recycler und was haben wir hier explosiver schleim den haben wir doch wo ist denn explosives pulver müssen wir den vorher vielleicht trocknen hier also den bauplan müssen wir eben auch noch hier einlagern bauplan recycler so den können wir aufsetzen ich kann aber leider nicht sehen wie das aussieht finde ich echt schade ähm so dann packen wir das mal da runter das mal hier runter wo ist denn jetzt das schleim habe ich den jetzt dort gelassen den habe ich hier gelassen tatsächlich in der tat was oll bin ich experiment einführen das was So, und Lows. Na, Plastik kriegen wir auch noch. Komm, die beiden Planken nehmen wir auch noch mit. Sicher ist sicher. So, komm. Den kriegen wir auch noch. So, den haben wir. Nice. Aber wir haben wieder was zum wegschmeißen. Wie das hier. Das lassen wir. Das muss weg. Das muss weg. Davon haben wir auch mehr als genug. So. Fünf von sechs haben wir. Und da kommen wieder fünf Fässer. Wir müssen aber was trinken. So, wie weit ist das hier? So, die Kokosnuss packen wir mal hier hin. Ähm, ganz schnell die... Oh, da haben wir auch noch einen verfehlt. Ah, nice. Ah, schön. Wie, das hat jetzt nur sechs gehabt von denen. Das ist jetzt aber enttäuschend. Ich habe jetzt mehr erwartet. So, komm. Nice. Ah, perfekt. Ah, welches Wohlgefühl das ist. Weide erwischt zu haben. So, weg damit. Explosives Pulver. Das können wir jetzt mal erforschen. Und die kommen wir jetzt erstmal noch nicht ran. Packen wir das mal hier rein. So. Erforschen. Und was können wir hier? Jetzt können wir... Netzkanister. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen können. Aber den dann nehmen wir mit. So, nochmal Plastik. Was sollen wir mit so viel Plastik? Ich will das dann lieber hier haben. So, Steine. Wieder Seil. Was soll ich damit? So, den haben wir jetzt mal kriegen. Nice. Den haben wir auch. Und... Nice. Drei Planken. Hier auch nochmal... Oh, geil. Vier Planken nochmal. Nice. Wir können nochmal zwei machen. So. Schauen wir mal, wie sieht es hier denn aus. Kupfer... Kupfer... Kupferbarren aufnehmen. Nice. So. Dann können wir das Fleisch auch schon mal... beziehungsweise... packen wir mal wieder hier rein. Hier haben wir nochmal drei Planken. Warum haben wir hier die drei Planken gehabt? Warum habe ich die hier reingetan? Ich bin so ein Genie. Hier haben wir auch noch ein bisschen was, was wir hier reinpacken können. So, Kupferbarren packen wir auch mal hier rein. So, Plastik braucht man nicht. Da haben wir auch mehr als genug von. So. Haben wir irgendwas verfehlt? Da haben wir einen Fass verfehlt. Und den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr, hä? Den kriegen wir nicht mehr. Aber den da kriegen wir noch. So. Und den da. Komm. Will dich haben. Das schmeißen wir wieder weg. Das hier hin. Das schmeißen wir weg. Die brauchen wir nicht. Kommen da noch Fässer? Dahin kommen wieder Fässer. Dahin ist sogar noch eine kleine Insel. Und hier haben wir wieder einen neuen Kupferbarren. So. Einen können wir noch mal hier bauen. So. 36 werden wir gleich brauchen noch Holz für hier unten. Planken. Beziehungsweise für hier oben. Aua, jetzt bin ich an den Tisch gestoßen mit meinem Knie. Ich bin so ein Genie. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Wenn doch, tut es mir leid. So. Komm, wir können hier Halt machen. Weil, sieht bisher so aus, als hätten wir hier keinen Vogel, der uns attackieren könnte. Oder? Oh, ich hatte jetzt kurz gedacht, das wäre dieser Vogel wieder. Das wäre wieder Boulevard. Ganz kurz hatte ich es geglaubt. Na, das wird so reichen. Und, der liebe Zombie-Ei spielt jetzt Call of Duty. Nice. Auch an dich schöne Grüße. Falls du dieses Video hier mal mitbekommst. mitbekommst. So. Wo haben wir die Bäume? Zum Fällen. Da hinten wahrscheinlich, ja? Ja, nice. Ich müsste jetzt mal vielleicht ganz dreist sein, was mein Inventar angeht. Und das vielleicht so machen. Hier ist doch so ein Vogel. Hier haben wir doch einen Gulliver. Und so viele hier, äh, Pfeile haben wir glaube ich auch nicht mehr, oder? 15 Pfeile haben wir noch. Nein, Gulliver. Ich muss hier dauernd sprinten auf diesen, äh, auf diesen Inseln. Damit Gulliver uns nicht trifft. So, dann das weg. Das weg. Melonen nehmen wir mit. Gut, keine Samen von den Melonen. Gut. Dann versuchen wir mal da hinzukommen. Ja, nein. Das wird, doch. Geschafft. Hui, wir brauchen aber auch gleich irgendwann mal eine neue Axt. Neue Axt werden wir gleich brauchen. Zumindest einen Haken brauchen wir jetzt noch nicht, ein neues. So, weg damit. Weg damit. Kann sein, dass wir gleich nochmal vielleicht irgendeine Truhe finden oder sowas. Dass wir dann dessen Sachen da reinlagern. Dann schmeißen wir zumindest die Palmenblätter dann immer wieder weg. Und die Samen. Die Samen brauchen wir nicht. So, jetzt brauchen wir eine neue Axt. So. Jetzt brauchen wir eine neue Axt. So, mal schauen, wo wir geparkt haben. Da kommt schon wieder der nächste Eber. Aber unser Bogen wird das nicht aushalten, nicht überleben. Das der aber auch schneller ist als wir. Ich würde sagen, den nennen wir Harrybert. Oder? Wo haben wir geparkt? Hier unten? Oh nein, nein, nein. Nicht runter. Nein, nein, nein. Nicht runterfallen. Scheiße. Oh, der Vogel hat uns auch nicht erwischt. Wo ist unser Boot? Unser Schiff? Ich glaube, ich bin jetzt zu blöd. Unser Schiff hier wieder zu finden. Ne, das muss da hinten sein. Hier waren wir vorhin. Das muss da hinten irgendwo sein. Los, wo? Wo haben wir jetzt unser Schiff hingetan? Bin ich jetzt echt zu dumm, es zu finden? So, kann ich vielleicht eben die Kokosnuppe? Ja. Hä? Bin ich jetzt ernsthaft? Wo ist... Wo ist unser Schiff? Da ist es. Nur hundertmal dran vorbeigelaufen, aber... Ja. Hä? Sind da zwei... Ich wollte schon sagen, sind da zwei von denen. So. Werkzeug. Äxte. So. Noch eine neue Metallaxt. Also, wir können eben auch den Kupferbarren hier rausnehmen und den... Vielleicht machen wir mal den hier da rein. Und die Kupferbarren lagern wir schon mal hier. Was können wir noch erstmal hier lagern? Beziehungsweise können wir das alles erstmal... Äh... Hier. So. Äh... Funktioniert doch nicht, wie ich das gedacht hatte, aber wir können... Hier zumindest schon mal... So machen. Dann sammeln wir erst einmal nur... Holz... Nur Planken. Alles andere wird nicht in unser Inventar kommen, oder? Wir sind jetzt schon mal so dreist. Was wird das hier machen? Ähm... So. Suchen wir uns ein paar Bäume. Zum Fällen. Inventar... Ja, okay. Ist erstmal so verteilt. Ja, jetzt musst du außen rum, hä? Jetzt kommst du nicht so schnell hinterher. Harrybert. Doch, kommt er. Äh... Wieso... Müssen die... Mich immer so... Aua. 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 Ja, das war's gleich mit meinem Bogen. So, das war's jetzt damit. Ich kann den jetzt auch nicht mehr attackieren. An die Pfeile komme ich jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr. Boah. Ich habe schon gedacht, ich stecke hier fest. So, vielleicht nach oben, dass wir an dem vorbei. Irgendwie von dem wegkommen. Ist nicht so schön, wenn Harrybert einen angreift. Autsch. Ich kann ihn nicht fällen. Warum lassen die mich nicht in Ruhe? Einfach in Ruhe, deren Natur hier zerstören. Ich brauche nur dessen Pfeile. Ist das eine Höhle? Wird das deine Höhle? Dass ich hier irgendwie von Harrybert flühen kann. Ja. Ich hoffe, Harrybert kommt hier nicht hinterher. Und hier gibt es nochmal ein paar Kisten. Nice. So. Das kann weg. Und das kann weg. Ich glaube, das packen wir mal hier unten hin. Das packen wir hier unten hin. Und das packen wir mal hier unten hin. So, was haben wir hier? Schrott. Schrott. Was haben wir hier? Rezept. Kopfblüge aufnehmen. Ein Rezept, das in einem Topf gekocht werden kann. Okay, dann müssen wir irgendwie einen Topf finden oder herstellen. So, ich fresse nochmal ein paar Mangos. Und ich hoffe, Harrybert ist nicht mehr da. Aber jede Wette, es kommt gleich Gulliver wieder an. Ne, hier unten haben wir keine Bäume. Jetzt muss ich da wieder irgendwie hochkommen. So, bumm. Bring ein bisschen. Bum. Bum. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und sehr wahrscheinlich wieder an Harrybert vorbei. Ich glaube, wir haben keinen anderen Weg, als an Harrybert vorbeizumüssen. Um hochzukommen. Ja, da vorne ist Harrybert. Und hier ist der Weg. Toll. Ja, ganz schnell. Boah, ich dachte schon. Aha, aber... Wir können vielleicht so es schaffen. Nein! Wo ist er? Da ist er. Ui, ähm... Und jetzt... Ah... Aber süß, unser kleines Schiff. Yo. Der ist aber... ...extrem motiviert. Ich hoffe, der kommt hier nicht ran. Ja, okay. So gefällt er mir lieber. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch so. Gibt es da unten noch Bäume zum Fell? Da unten gibt es keine Bäume. Gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Schauen wir mal, was wir da so finden. Vielleicht gibt es oben noch ein paar Thunen. Aber Gulliver kommt jetzt. Gulliver hat jetzt Aggro auf uns gezogen. Gut, dass er uns nicht getroffen hat. Na, Gulliver. Boah, wie der es einfach aus dem Boden reißt. Hier geht es nicht weiter. Der reißt es einfach aus dem Boden. Hier geht es weiter. Der geht mit seinen Krallen tief in die Erde und reißt da so ein Stück Felsen raus. Nicht einfach die Erde. Stein. Felsen. So was hier. So was. Reißt er aus dem Boden. Was ist mit diesem Vogel? Dass da so was rausreißt. Hier gibt es gar nichts. Ich habe so ein Gefühl, wir waren hier schon einmal. Oh, rote Bären. Waren wir die jetzt auf Tasche? Ich habe die nicht auf Tasche. Ich habe die weggeschmissen wahrscheinlich jetzt, ne? Und jetzt hat er mich erwischt. Wie? Ich bin doch andauernd am Rennen. Muss man nicht verstehen, ne? So. Ich glaube, wir gehen erst mal da hoch. Ich glaube, da sind wir irgendwie im oder am Gebäude sicher. Frau Gulliver. Nein, sind wir nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und ciao. Ciao. Herr Max. Ich bin's. оля Guern замет sobie. Ich bin's. Ich bin's. Lieb ich tools. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020